Auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig! Wir suchen nämlich für dich. Rachman, insgesamt eigentlich ein guter Spielausgang für euch. Was meinst du? Ich denke, Spielberg hat sich über weite Strecken ziemlich gut präsentiert. Ja, das sehe ich auch so. Wir haben zwar 1-0 geführt, aber dann war das nur eine Frage der Zeit, bis wir das 1-1 kriegen, weil wir es nicht geschafft haben, am Ball zu bleiben und den Ball laufen zu lassen und ruhiger irgendwie von hinten das Spiel aufzubauen. Das haben wir nicht geschafft. Die letzten Spiele hat ja Spielberg erfolgreich gegen euch gestaltet. Das war seit dem kuriosen Spielabbruch. Sind da vielleicht irgendwelche Hintergedanken da wegen dem Spielabbruch und wegen dem, wie die Partien nachher verlaufen sind? Nee, natürlich wurden wir auch oft jetzt gefragt und an das Spiel erinnert. Aber jetzt mit dem Spiel heute hatte das eigentlich nichts zu tun. Euer Trainer hat vor kurzem verlängert. Der Spielertrainer Steffen Wohlfahrt bis 2020. Was sind das für Neuigkeiten für eure Mannschaft? Der hat es uns noch gar nicht gesagt. Wir haben das auch von der Presse mitbekommen. Und ja, ich denke mal, dass der jetzt am Montag ein paar Sätze dazu sagen wird. Und dann sehen wir weiter. Was habt ihr euch jetzt noch vorgenommen? Und was denkst du, was das für ein Spiel wird gegen TSG Backnang nächstes Mal? Ja, wir wollen jetzt die Spiele, die kommen in den Spielen gewinnen. Wir sind jetzt weiterhin ungeschlagen seit in der Rückrunde auf jeden Fall und ein paar Spiele davor. Und ja, wir wollen jetzt von Spiel zu Spiel denken und die Spiele gewinnen und schauen, dass wir oben dranbleiben. Rachmann, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön, ebenso. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen. Auf select-gmbh.de